Es roch stark nach KK Guck mal Leute Papi Left side UUH Also wenn ihr Taktippen oder Tipps braucht auf Copplestone Habt ihr den richtigen Mann im Tippspick The Shadow, Jungs wenn ihr wissen wollt wie man spielt Ich kann euch da was sagen Das ist der zweite Grund warum ich nicht gerne tippen Shadow kommt einfach in so nem Raum rein Weißt wir hoffen grad mit dem Spielzimmer mit dem Dumbabler spielen Bauklöster Dann kommt der Shadow, tritt alles kaputt und ich zeig euch immer wieder Der Kackbock flasht mich einfach auf Long Sag mal gehst du ihm noch zu gut Oh fuck 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 Boah ich dachte du wärst hier drin Okay lass drauf lass drauf Sobald du sagst wo er ist geb ich ihm Ich hab noch 9 AP Ach du bist schon drauf Hinter uns hinter uns Er kam grad aus der kleinen Tür raus Du warst schon das Pop Nice nice Boah wichtige Runde alter Falter Oh er hat 64 gefressen Das ist der Weg Aha aha ich mag ihn Aha aha Nice Ich hab seine Wumme Oh Easy Refrag alter Shadow kann ich Carry wenn du willst Larry Einmal mal Shadow fragen Larry Shadow wie auch Schimmy stehen dir da mit Rat und Tat zur Seite Äh bist du schon durch Junge Ajo Der übertreibt doch Wo ist der? Absolut gemöhnlich Das ist der Chicken Easy alter komm mal Buff hast du gesehen das Ding Oh Dass der nicht gestorben ist grad Ich 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 Hab nicht gedacht was du jetzt überhaupt passiert im Leben grad Ich komm mit 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 Sword auf Die sind so gebumst Ich mein wir haben GLHF eh nicht geschrieben Wir können das Spiel auch wegwerfen eigentlich Pass auf Warte alter Boom Alter mit Pump Easy Okay ab jetzt AWP und dann sind sie komplett geliefert Alter was treiben wir hier Ja wir spielen nicht ernst wenn wir GLHF Ja es ist echt schlimm what the fuck Okay pass auf Long failed jetzt Ich halte es einfach oben den Push einfach nur ich Falls er versucht zu boosten Ein Bar Ozen später Ich glaube das sind welche die nicht auf Long kommen So was hasse ich einfach Ich glaub der Dropspieler ist Little Room Ich schieße einfach durch die Stärbung Wo ist ein Little Room circa Das müsste eigentlich hier sein Sucks Wait a minute Wo ist der Tod durch die Mauer Nein ich geh raus Ich geh Long raus und guck und pick Ich pick wo der andere ist Ah schicken Perfekt Komm GH Vielleicht kann man uns noch retten wenn wir GH schreiben Oh scheiße Oh scheiße Oh scheiße Spy down Long meine ich Oh alter Effekt nach jedem Kill den ich mach Bleibt das Spiel kurz stehen Aber es lauft Das lauft Da lohnt sich halt auch die Pistol Kills Ich komm jetzt mit dir rein in der In der Drupal Bubble Au Oh Bin ich mein Drupter Okay ja Einer war Drupter Der andere Long Oh komm Er hat 85 in 5 Scheiße I wonder why I wonder why I wonder why She has many books That is beautiful Mach du ultra passiv oder Hardcore Joy offensive Auf du Ding Ich war noch nie so lange geflasht Einer down auf Long Aber jetzt ist rum It's over Alles cool Alles cool Alles cool Ich hab keinen mehr gesehen Alter ich kann aber auch keinen Das du Mocks hier schmeißen Was hab ich denn gemacht? Demo Art Mit Creme What Er hat sein Mate gekillt oder was? Ja Richtiger Diebendödel Okay der kommt 100 Pro wieder long ne Hello Boah es laggt sogar kurz wenn ich flash ne Obwohl jetzt eben nach dem Kill ging es aber bei der Flash hat es kurz geluggelt dass sie aufging Ich nade rein? Oder Bist du 4-Dropped? Ja ne Calm calm Sorry das war eh Passation los mit dir Ottoman Mufasa Ich mach dich Ich mach dich Ich mach dich Nice Ich mach dich noch den Osmanen Oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR